Hey Leute, in diesem Video für erstmal wie man bei Windows 10 die Grafikkarte und somit auch den Grafiktreiber ganz einfach aktualisieren kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst einmal müssen wir zum Gerätemanager gelangen. Hierfür entweder in der Suche unten Gerätemanager eingeben oder ich kann auch links unten bei dem Windows Symbol Start einmal einen Rechtsklick drauf machen und dann gibt es nämlich auch schon die Funktion Gerätemanager. Hier können wir auch schon einige Punkte sehen und relativ mittig sind auch schon unsere Grafikkarten, wo ich mal auf den linken Pfeil noch draufklicke, anschließend meine entsprechende Grafikkarte auswähle und hier nochmal einen Rechtsklick mit meiner Maus drauf mache, um die Treiber anschließend auch aktualisieren zu können. Nun haben wir noch zwei verschiedene Möglichkeiten nach unseren Treibern zu suchen. Entweder ich möchte das Ganze nur auf meinem Computer einmal durchforsten oder ich mache hier oben einen Klick drauf, dann wird nämlich automatisch nach den Treibern auf meinem Computer und aber auch im Internet gleich gesucht, was ich jetzt auf jeden Fall auch empfehle und einfach mal draufklicke. Bei mir schaut es relativ gut aus. Die besten Treiber für das Gerät sind bereits installiert. Jetzt könnte ich aber auch noch nach aktualisierten Treibern auf Windows Update suchen oder nach besseren auf der offiziellen Webseite von den Grafikherstellern. Und somit haben wir jetzt auch schon auf Windows 10 unsere Grafikkarte aktualisiert. Wenn du dir für zu Hause übrigens eine neue hochwertige Grafikkarte zulegen möchtest, dann einfach mal unter dem Video in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon zu den besten Grafikkarten. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.